so bei sammeln dritte reihe drittes symbol also für hier haben wir kein energiekern hier brauchen wir krummeisöl und energiekern das und das habe ich hier brauchen wir leuchtblütenöl ok leuchtblütenöl ist es auch nicht leuchtblüte gibt es ein öl und honigflaschen gibt es ein öl also wir müssen auf jeden fall unter suche gehen landwirtschaft ist das hier farblose linse da brauchen wir energiekern weiß ich nicht woher ich den kriege blauer kristallstaub und eisenteile dafür brauchen weisen und krummeisöl hier brauchen rote linsen und krummeisöl also ohne dieses krummeisöl geht gar nicht sorry mein stream hängt fünf minuten hinterher ja kein problem kein problem was ich jetzt noch mal gucken wollte wir haben ja diese blaue glas gemacht da wir können energiekern machen okay das okay wir können einen energiekern machen wir brauchen diese giftigen sporen den energiekern den mache ich nie mache ich hier noch irgendeine kiste rein jetzt das ist egal wir brauchten für irgendwas energiekern jetzt wird es interessant vielleicht kommen wir doch schon ein kleines stückchen weiter bitte 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 lass mich irgendwie energiekern den haben wir rollkopföl haben wir brauchen noch fünf rollkopföl dann können wir aber den haben wir doch stachel sägen wir sind schon bei zwei warum hat er jetzt eins aber weil wir hier runter müssen weil wir hier hin müssen sägekraft und stachelsägen schaden okay rollkopföl leute rollkopföl das wird sein gott ja manchmal muss man doch ein haushaltstag einlegen das ist jetzt so dabei wollte ich eigentlich schon wieder losziehen weil ich ja trotzdem dieses komendingsbums brauche wirtschaft ja das ist mir egal siehste siehste den kaktus in der wüste habe ich also buschtrommel internet elektronik aus aluminium was brauchen wir für elektronik aus aluminium wahrscheinlich aluminium kupferdraht kupferdraht noch mal drei elektronik aus aluminium kann man da nicht irgendwie eine kiste reinstellen dass es immer gleich in eine kiste geht ja fahr mal du los warte wo war es wir müssen noch elektronik aus aluminium brauchen wir noch zwei stück und vier aluminium rahmen hallo schön dich zu sehen ah ja komm wir machen noch ein bisschen rollkopföl er ist ein bisschen ein bisschen verstört der arme ja nee ich tu dir doch nix ganz ruhig ganz ruhig 1 quadrat quadrat immer mal zehn so so zwei zwei ja aber warum und die einzelnen machen dein ernst jetzt so und da brauchen wir aluminium rahmen was war das vier aluminium rahmen hier so dann sollten wir den mac jetzt einmal mal rollkopföl aluminiumstange babababa wo war denn das hier ich krieg hier nochmal die krise hier so rollkopföl brauchen wir hier und da auch und energiekernen brauchen wir auch okay mit der ruhe also wir müssen auf jeden fall jede menge rollkopföl mal haben also so langsam pöpö kommen wir weiter ich habe das gefühl je mehr wir herstellen umso besser ist es beim red waren einige leute doppelt aber ich trotz teilnahme mal wieder nicht dabei komisch finde ich auch zu sandrina auch nicht mehr dabei ist ich bin ich bin diejenige die das macht das sind die namen sind nicht richtig das ist keine richtige anzeige da müssen das müsstest du aber mitgekriegt haben wenn ich den raid anvisiere bin ich automatisch dabei also aber meistens schaffen das schon die kleinen wir sind schon ziemlich zu stark geworden wir brauchen hier giftige spore für den energiekern da zählen wie gut dass wir rohköpfe angepflanzt haben ne wie gut dass wir rohköpfe angefangen haben guck mal schubdüsen boost 1 rollkopföl 50 ja heidenei alter butter das ist jetzt nicht ernst ey ja wir werden jetzt hier erstmal diesen machen stachel segelschaden 1 damit wir hier unten war da kommen wir auch schon wieder chromais öl hier haben wir energie farblose lindern müssen wir auch elektronik aus aluminium ziel anvisierender samengewehr kam bis zu 18 erdtügel aber das ist doch schwachsinn das ist doch schwachsinn das ist alles das ist alles das ist alles gelber kristall wassertank eisenteile kann stärkeren schleim das brauchen wir dies hier brauchen wir hier können wir das hier wieder weg machen mal hier mit f ja diese können wir das mit f wieder weg machen ja wir müssen ja den großen aber eisenteile kosten ach ja chromais öl stimmt ja da war ja was ach wir kommen um dieses chromais öl nicht drumherum egal was wir tun wir kommen da nicht drumherum das ist echt ärgerlich ja wir müssen aber aber ganz ehrlich wie soll ich den dicken schleim weg machen also wenn ich auf die wenn ich jetzt auf die karte schaue ähm bleiben ja eigentlich nur noch diese beiden bleiben quasi diese beiden wo ich das vermuten würde also woanders würde ich jetzt nicht sehen dann müssen wir wohl auf wanderung gehen ja das kleine gebiet also treppengipfel ja pass auf dann gehen wir hier hin da haben wir sowieso was haben wir da markiert dann gehen wir da mal hin so erstmal erstmal hier meck sag mir dass wir hier was ernten können bitte 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 so jetzt können wir ja honigflaschen ernten ja das ist geil da bei zweige ja sehr schön märze öl okay dann werden wir jetzt mal so ein bisschen honigflaschen öl machen was anderes bleibt ja jetzt sowieso nicht ich will nicht wieder voll losgehen Leute ich will nicht wieder voll losgehen f irgendwie noch was loswerden auf irgendeine Art und Weise haben wir noch viel ja ja möglich alles mögliche ne hier ach man es ist tatsächlich jammer pass auf ich mach dich jetzt hier rein ich muss hier unbedingt mal bei Gelegenheit Ordnung machen aber salziges Futter wollte ich noch mitnehmen das machen wir jetzt nicht das salzige Futter da müssen wir jetzt ja salziges Futter kann ich ja sowieso nicht herstellen ich kann einfaches gutes süßes saures und fantastisches salziges kann ich noch nicht wachs hast du danach dadurch dadurch wachs honigflaschen öl und Rohstoff entdeckt die kern hier ist nichts neues ok honigflaschen öl ok warte da rein wir machen noch mehr Honigflaschen da stand du hast ein neues Rezept ok warte dann müssen wir mal auf den Burg gehen oh hier gibt es jetzt einen zweiten Punkt echt jetzt uff dieses Spiel ist extrem 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 groß hier sind auch zwei Seiten schon uff hallo Miri ein wunderschönen so ich will jetzt ich muss ich möchte jetzt mal ins Treppenviertel gehen also auf die Gefahr hin dass wir den Schleim noch nicht weg machen können werde ich jetzt versuchen ins Treppenviertel zu kommen was ist das das ist Alu ne Alu müssen wir ja müssten wir eigentlich mitnehmen aber nicht jetzt Alu an Alu kommen wir schnell aber hier uffs notfahrtprotokoll eingeleitet ja man sollte vielleicht über die Brücke laufen aber wenn man dahin guckt und dann seitwärts läuft ja also hier sind wir ja beim Schleim vielleicht finden wir ja hier irgendwas aber die werden wir wahrscheinlich wenn wir hier eine solche Pflanze finden werden wir die wahrscheinlich erst finden wenn der Schleim weg ist oder genau ja das ist das ja aber wie soll ich dann Eisenteile machen wenn ich dieses Krummaisöl nicht kriege das ist so mein Problem und ich kann ohne die Eisenteile diese großen Flecken nicht weg machen nächstes Problem also es ist wirklich wirklich eine Katastrophe den konnte ich weg machen wollte ich mich jetzt wollte ich mich jetzt poppen oder ist er jetzt wieder gekommen will das Spiel mich jetzt foppen oder habe ich das jetzt ach keine Munition ach keine Munition na sowas du hast den Wasserschlauch verbessert ja aber das ist ja nicht da stand ja nicht dass man damit bessere die anderen Schleim weg machen kann also jedenfalls hätte ich wüsste ich jetzt nicht ob ich das dass ich das gelesen hätte ja ich nehme es jetzt gegeben hin und freue mich warum sollte ich mich jetzt darüber ärgern oder aufregen ganz im Gegenteil freue ich mich drüber ja lassen wir so nehmen wir wir können wir das Treppenviertel nämlich auch sauber machen ich habe da nichts gegen nehmen wir so nehmen wir so haha ich freue mich ok Andrina freut sich mal tatsächlich ein zweites Loch Löchlein ins Bäuchlein ah frage mich warte und splash splash bäm dicker hu 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 braucht man nicht so viel laufen ne keine Munition mehr natürlich ach alter 2 da fällt mir gerade ein ich hätte mal wie eine lust auf eine runde no place no place like home und wie hieß das andere ich weiß auch welches du meinst wo wir die umwelt sauber machen mussten geh jetzt fresh cleaning nee 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 fresh cleaning cleaning ja no place like home habe ich ja auch nicht mehr weiter gemacht wir hatten ja noch was wo wir noch zu ende machen mussten aber ich hatte das ja tatsächlich nicht mehr weil da so viel unterirdisch war noch ne fresh cleaning oder so fresh cleaning oder so fresh cleaning irgendwas okay ich habe gerade meine bibel geschaut ja man weiß schon gar nicht mehr nach einer so langer zeit wie die heißen ne also weil man ja auch zu viel in dieser in dieser zeit gespielt hat ne das war zu wenig sag doch mal saug doch mal meine ich nicht sag doch mal saug doch mal ich habe nur angst zu nah ran zu gehen weil der gutste mir ja mal gleich absäuft und